I want it all, 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 I want it all. Öl TV Ja und schön, dass Sie dabei sind bei unserer heutigen Top 10 Show. Das heißt, wir sehen uns aus einer Produktgruppe immer die beliebtesten Geräte oder Produkte aus und zeigen Ihnen, damit Sie mal sehen, was andere eben brauchen. Und oftmals sind Top 10 auch sehr hochpreisig, das haben wir heute nicht, denn wir haben was ganz Spezielles ausgesucht. Die Top 10 Produkte unter 50 Euro, also im Prinzip für jeden zu bezahlen. Und ich kann Ihnen sagen, es sind auch viele, viele Neuheiten des neuen Kataloges dabei. Wir beginnen auch gleich Top 10 unter 50 Euro. Hier ist Ihr Platz Nummer 10. Ja, ganz neu vorgestellt und schon mal ein Bestseller. Und es geht um eine sehr, sehr außergewöhnliche, das dürfen wir sagen, Leselampe. Ja, es ist nicht nur eine Leselampe. Auch wenn Sie irgendwie Feinarbeiten machen müssen und direkt vor Ihnen und stehen oft im Schatten, werfen einen Schatten drauf, haben wir hier eine Akku-Leseleuchtung. Sie sehen das hier, wir haben die hier mal angemacht. Die trägt sich total einfach hier so über den Hals. Fällt überhaupt nicht, trägt überhaupt nicht auf oder so. Gar nicht, ist super angenehm. Und ich habe gerade auch schon mal hier ein Büchlein geschnappt. Zum Lesen ist das ja perfekt. Vielleicht auch mal gerade abends, wenn man den Bettnachbarn nicht stören möchte, wenn er vielleicht schon früher schlafen möchte. Und dann hat man hier trotzdem Beleuchtung. Aber ich denke natürlich auch, bei so Bastelarbeiten oder so ist das auf jeden Fall super. Entschuldigung, dass ich lache. Ich muss nur gerade sagen, toll, wie du deinen Freund bezeichnest, den Bettnachbarn, wenn man den nicht stören will. Aber das ist wirklich ein Problem. Wenn du jetzt einen Partner hast und du möchtest noch was lesen und der Partner muss jetzt wieder das Licht an sein, kannst du hier ganz einfach das Licht dir genau dahin bringen, wo du es haben willst. Du hast drei verschiedene Lichtfarben zur Auswahl. Du hast da dieses Warmweiß an. Ich habe bei mir das Tageslichtweiß an. Du hast auch Warmweiß jetzt. Jetzt habe ich bei der einen Seite auch Warmweiß. Aber es ist ja da. Also ganz helles bis zu leicht gewöhnliches Licht. Und das ist einfach genial. Sie sehen auf beiden Seiten so Touchtasten, wo man einfach nur berühren muss und dann schaltet man es ein aus bzw. entscheidet sich zwischen den Lichtfarben. Ich finde es toll. Ich finde es auch toll. Weißt du, bei mir ist es auch so, wir haben ein Bett, auf jeder Seite ist ein Nachttisch. Auf jedem Nachttisch steht eine Lampe. Wenn ich dann lesen will, muss ich immer auf der Seite liegen, weil sonst ist da nicht genug Licht. Und hier kann ich jetzt einfach das Licht mitnehmen. Es hängt also wirklich ganz unauffällig über den Hals. Es ist Akku betrieben und der Akku hält 13,5 Stunden. Also richtig, richtig lang. Bei mir würde das tatsächlich drei Monate halten, weil ich lese höchstens zehn Minuten, dann schlafe ich ein. Aber das ist natürlich super hier, dass man hier also wirklich das Licht genau dahin bringen kann, wo man es braucht. Auch vielleicht mal abends auf dem Sofa. Ist ja auch nicht immer so gute Lichtverhältnisse, wenn man irgendwas sehen will. Wenn man in der Küche kochen will, wenn man irgendwelche Arbeiten machen will, hat man beide Hände frei. Hast du das gleich gesehen? Da sind sie aber perfekt im Licht, oder? Also auch zum Nägel machen oder auch mal zum Überprüfen, perfekt. Wirklich richtig, richtig praktisch. Das gefällt mir. Kann ich auch sehr gut gebrauchen, ja. Kann man super gebrauchen. Und durch diese Schwabenhälse hier, an denen das ist, ist es wirklich sehr individuell einstellbar. Genau so, wie man es braucht. Sehr robust auch noch mit einer riesenlangen Akkulaufzeit. Und einem ganz, ganz kleinen Preis. Weit unter 50 Euro in unserer Top 10 der Produkte unter 50 Euro. Nämlich bei 18,99 Euro. Und unser Platz Nummer 10 hat die Bestellnummer. Die ZX 8427 und die 569. Bitte die 569. Das gilt generell. Immer hinten dran ansetzen. Weil nur damit bekommen sie unseren immer günstigeren TV-Sonderpreis. Also, ich habe gesagt, einige Neuheiten haben wir heute. Hier in der Top 10 unter 50 Euro. Und das geht auch gleich weiter bei Platz Nummer 9. So, und bei diesem Produkt hoffe ich insgeheim, dass uns Ingo nicht alle Optionen, die das Gerät hat, vorführt. Warum, wird er Ihnen jetzt gleich sagen. Ja, es ist ein Akku-Radio. Ganz einfach. Sieht aus wie eine Taschenlampe. Hat auch eine super tolle Taschenlampe-Funktion. Die ist sehr, sehr hell. Und das Coole hier ist, dass ist ein Radio drin. Aber wenn der Strom mal weg ist, kann ich mir hier mit dieser Kurbel einfach Strom nachladen. Sie kennen das vielleicht, Sie haben irgendwo ein Kofferradio mit Batteriebetrieb irgendwo stehen. Wenn Sie es dann mal brauchen, sind die Batterien ausgelaufen oder alle. Hier kann man sich ganz einfach selber wieder mit Strom versorgen. Und wenn man eine Minute kurbelt, kann man dann tatsächlich 10 Minuten wieder Musik hören oder das Licht benutzen. Ein Radio für alle Fälle. Aber was du eben gesagt hast, das werde ich nicht vorführen, keine Angst, Ralf. Wir haben hier auch eine Sirene dran. Und die Sirene, also wenn man mal einen Notfall hat, wenn man irgendwie jemanden abwehren will oder in Gefahr ist, die Sirene ist 120 Dezibel laut. Das ist ein startender Düsenjäger. Das wird also den Rahmen dieser Sendung und unsere Mikrofone wahrscheinlich kaputt machen. Oh ja, ich bin auch in meinen Ohren. Nein, aber wenn du in einer Notsituation bist, kannst du auf dich aufmerksam machen. Es gibt ja auch diese Personenalarme. Wenn du dieses Radio dabei hast, dann kannst du eben das auch mal greifen kannst, auf dich aufmerksam machen. Eine Taschenlampe haben wir und ein immer funktionierendes Radio. Und jetzt bin ich ganz überrascht, ist eine absolute Neuheit bei uns. Wir haben ja verschiedene Kurbelradios im Programm, aber 17,09 Euro, das ist natürlich der Klarer. Es sind noch gar nicht alle Funktionen. Guck mal, du kannst sie sogar als Powerbank benutzen. Notstrom. Als Notstrom für deinen Power, wenn dein Handy am Abend alle ist und du brauchst unbedingt noch Strom, kannst du hier kurbeln und dich selber wieder ein bisschen mit Strom versorgen. Was ich total genial finde und das setzt sich bei einigen Geräten, haben wir es jetzt schon mal gesehen, setzt sich hoffentlich bald mal durch hier, ist, dass das Ladekabel dafür auch hier im Gehäuse integriert ist. Das heißt, wenn ich es dann mal per USB wieder aufladen will, habe ich das Kabel immer dabei. Das ist hier im Gehäuse integriert. Eine ganz geniale Sache, also ein Tausendsasser hier, den Sie für deutlich unter 20 Euro bekommen. Eine absolute Neuheit. Das ist die TV-Premiere dieses Radios. Also was ganz Besonderes, dass das hier schon auf Platz Nummer 9 ist. Also im Normalfall laden Sie das Radio natürlich per Akku oder per USB, haben dann ein akkubetriebenes Radio mit Notalarm. Aber wenn man alle Stricke reißen, man wirklich nirgends mehr eine Stromquelle findet, dann kann man die Reserveenergie auch erkurbeln. Ich finde das klasse. Den Preis finde ich sensationell. 17,09 Euro. Und die Bestellnummer für unsere Neuheit ist die ZX 3470 und die 569. Aber Kurbelradios im Allgemeinen belieben sich unglaublicher Nachfrage. Und deshalb wundert es mich nicht, dass wir selbiges nochmal haben in einer bisschen anderen Variante. Hier kommt Platz Nummer 8. Und auch hier muss ich sagen, sensationeller Preis, weil wir hier noch wesentlich mehr Optionen haben. Wir haben deutlich mehr Optionen. Es ist wieder ein Radio, was Sie mit Strom versorgen können durch Kurbeln. Er hat einen Akku drin, der ist auch sehr stark hier mit 4500 mAh. Da können Sie ein modernes Handy tatsächlich einmal wieder aufladen, sogar das iPhone 14. Aber nicht nur das geht als Stromkörner. Natürlich können Sie es auch per USB laden oder per Solarpanel. Einfach in die Sonne legen, dann ist das immer voll. Auch hier haben Sie wieder diese Powerbank-Funktion. Das Besondere hier an diesem Radio ist, und wir haben hier leider keinen Radioempfang im Studio, wir sind hier abgeriegelt, ist die Sirene natürlich. Die ist nicht ganz so laut, aber auch sehr laut. Ja, das waren 85 Dezibel. Das waren 85 Dezibel. Das ist auch schon eine ganze Menge. Das ist wie ein Pressekammer. Also 120, ich bin froh, dass Moni das nicht aus Versehen angemacht hat. Also genial, ja. Licht ist auch dran, natürlich, haben Sie gesehen. Aber es ist ein DAB-Plus-Radio. Also nicht nur UKW, sondern auch das neue Radio DAB-Plus, wo Sie Radiosendervielfalt bekommen, die Sie sonst eben nicht bekommen. Es gibt deutlich mehr Sender, die inzwischen auf DAB-Plus senden und natürlich auch UKW. Ich habe mal in Bremen geguckt. In Bremen kriege ich 83 Sender über DAB-Plus. Und als wir das Radio letzte Woche das erste Mal vorgestellt haben, Ralf, du erinnerst dich, bin ich damit mal nach draußen gegangen und habe gesehen, dass hier auf dem Land, hier ist wirklich keine große Stadt in der Nähe, sogar hier, also ich sage mal, mitten in der Pampa, kriegen wir 43 Radiostationen. Mit UKW sind wir, glaube ich, bei 9 oder 10. Ja, ich freue mich auch immer, weil Schwarzwaldradio dabei ist. Das ist bundesweit ins digitalen Netz eingespeist. Und das sind so heimatliche Klänge für einen alten Schwarzwaldradio. Ja, aber wenn Ralf Schwarzwaldradio hört, dann kommt er wieder in seinen badischen Dialekt rein. Es ist wirklich toll. Man hört da wieder und jeder hat so einen leichten badischen Dialekt. Und dann denkst du, ah ja, schön mal wieder heimatliche Klänge zu hören. Also ich liebe es, aber Sie werden mit Sicherheit auch Ihre Lieblingsradio-Stationen haben. Also, lass uns nochmal zusammenfassen. Wir haben fünf verschiedene Leuchtoptionen. Also wir haben die Leuchtoptionen. Den Alarm haben wir. Den Alarm haben wir. UKW-Radio. UKW-Radio, ein DAB-Plus-Radio. Bluetooth-fähig ist es, glaube ich, auch noch. Bluetooth-fähig ist es auch noch. Dann können wir hier tatsächlich das wieder als Powerbank benutzen. Wir haben eine starke Lampe dabei, einen großen Akku. Wir haben sogar noch dieses EWF drin. Das ist das European Warning Frequency. Das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Das gibt es bei Handys, dass man dann, wenn irgendwas passiert, eine Naturkatastrophe oder so ist, dass man dann gewarnt wird mit einer SMS. Normal brauchst du eine App auf dem Handy. Ganz genau. Das geht jetzt ohne App. Das geht einfach über das digitale Signal. Das geht ganz einfach hier übers Radio. Also wenn irgendwas passiert, sind Sie auch noch vorgewarnt. Dazu ist es noch äußerst ja sehr, sehr kompakt, hat aber einen super Klang. Sie können sogar ein Kopfhörer anschließen. Wenn Sie wollen, können Sie es sogar an Ihre Stereoanlage anschließen. Ich finde das unglaublich. Also so viel Funktionen in so einem schicken Gerät habe ich selten gesehen. Wenn Sie draußen mal unterwegs sind beim Campen, das beste Radio, was Sie haben können. Wenn Sie ein Notfallradio brauchen, ist das wirklich unglaublich, was Sie hier alles bekommen für den Preis. All diese Funktionen hier in dieser kleinen Bauform. Weißt du, allein ein DAW-Plus-Radio für unter 50 Euro ist der Wahnsinn. Es ist unser Platz Nummer 8, unser Notfall-Kurbelradio mit diesen wahnsinnig vielen Optionen. Rostet gerade mal 47,49 Euro. Und die Bestellnummer ist die ZX 3473 und die 569. Also für mich eigentlich das perfekte Radio. Und auch ohne Notfälle ist es mal schön in der Werkstatt, im Garten unterwegs. Auch mal DAW-Plus, also digitales Radio, hören zu können. Aber es geht ja Schlag auf Schlag in unserer Top 10. Wir sind schon bei Platz Nummer 7. So, und auch Powerbanks haben wir genügend hier in unserem Sortiment. Aber das ist eine der beliebtesten, gerade auch im Campingbereich, oder? Ja, im Campingbereich. Aber ich halte das wirklich für eine der besten Powerbanks überhaupt. Schauen Sie sich mal den Preis an. Wir haben eine große Kapazität für den Preis. Hier mit 8000 mAh. Die modernsten Handys können Sie da mehrmals mit aufladen. Die ist ausgesprochen robust. Die hält einiges aus. Sie können zwei Geräte gleichzeitig laden. Und Monika zeigt das da schon. Es ist ein Solarpanel dabei. Das heißt, diese Powerbank verliert Ihre Spannung nie. Die brauchen Sie wirklich nur in der Sonne liegen lassen, auf dem Handschuhfach liegen lassen, auf der Fensterbank, egal wo, vor dem Zelt an Rucksack hängen. Und diese Powerbank wird nicht leer, sondern hält die Spannung damit. Natürlich können Sie sie auch über USB aufladen. Sie hat einen sehr, sehr starken Scheinwerfer auch noch. Das finde ich auch noch sehr imposant, dass man hier eben dann auch mal im Dunkeln sich hier sicher bewegen kann, hier mit diesem Scheinwerfer. Und das Ganze, Solarpower, wie man so schön sagt heutzutage, ganz, ganz klasse hier, ist natürlich auch mit IP65 Wasser geschützt. Und die Lampe hier hat tatsächlich 80 Lumen. Das in der Powerbank habe ich auch noch nicht gesehen. Also so eine Powerbank für unter 20 Euro, die so viel kann, so viele Features hat, habe ich noch nicht gesehen. Werde ich auch nicht sehen. Man sieht ja manchmal so Powerbanks schon mal im Supermarkt für 10, 15, 20 Euro. Die haben dann aber nicht die Kapazität, mit Sicherheit kein Solarpanel, würde ich mal sagen. Und das ist einfach unglaublich, wie robust und wasserfest hier auch ist. Ich glaube, das sieht man schon. Und den Preis, den finde ich auch sensationell. Das muss ich sagen. Wir haben ja einige Powerbanks im Programm. Aber 17,09 Euro, das ist super günstig. Ich denke auch mal eine tolle, tolle Geschenkidee. Weil heutzutage hat, glaube ich, jeder, fast jeder, irgendein Smartphone oder irgendein anderes USB-Gerät und braucht irgendwann mal Notstrom. Und das ist natürlich im Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar für mich. 17,09 Euro. Kein Wunder, dass wir hier auf Platz 7 schon sind. Das wäre für dich der größte Albtraum, ne? Kein Strom auf dem Handy? Ja, schon ab 50 Prozent fange ich schon an, Stromsparmodus zu benutzen. Also ich kenne Leute, die werden bei 20 Prozent nervös, bei 10 fangen sie an zu zippern. Ich werde schon mal 50 Prozent nervös. Ja, ich brauche eine Powerbank immer mit dabei. Und ich finde die wirklich super und für den Preis fantastisch, ja. Guck mal, du hast hier noch sogar so einen Haken, dass du es an den Gürtel ranmachen kannst. Das ist also wirklich sehr, sehr praktisch. Der ist stabil. Das kannst du auch gegen die Wand werfen, machen sie es nicht. Ich habe schlitzige Finger heute, keine Ahnung. Das wollte ja nur demonstrieren, wie robust diese Powerbank ist. Auch die Leuchte, wirklich toll. Ich kenne Powerbanks, die haben so eine kleine LED, das ist so eine Funzel. Hier haben wir eine richtige Beleuchtung. Und nochmal für 17,09 Euro für mich wirklich der Wahnsinn. Die Bestellnummer hier für diese Solar-Powerbank ist die ZX 74, 34 und natürlich die 569. Und im Notfall können sie, gucken Sie mal, auch hier Morse-Alphabet geben. Oh, sogar SOS, also du kannst auf dich aufmerksam machen. Also entweder Dauerblinken, SOS oder Dauerlicht. Also auch das ist möglich. Eine tolle, eine richtig tolle Powerbank, das muss ich sagen. Und klar, man sieht aber auch an der Platzierung, es ist in aller Munde. Ein Handy ist halt heute nicht nur für die junge Generation wichtig. Auch wir Älteren machen damit, ich weiß nicht, ob sie es auch machen, aber ich gehe jetzt mal von mir aus, mal Bahntickets oder Online-Banking. Ja, und ähnliches, Videotelefonie. Du bist aufgeschmissen ohne Handy heutzutage. Richtig, heutzutage, ja. Also, weißt du, früher hast du ja auch noch die ganzen Telefonnummern auswendig gewusst. Jetzt weißt du keine mehr. Klar, die sind ja neunstellig. Ich bin froh, wenn ich meine eigene Handynummer im Kopf habe. Ich weiß heute noch die Festnetz-Nummer von meinem jugendlichen Haushalt, also als ich zu Hause gegangen bin. Ja, ja, ja. Aber die Handynummer von meinen Eltern wüsste ich jetzt auch nicht. Okay, anderes Thema. Wir machen weiter in unserer Top 10. Auch Neuheiten, aber Top 10 unter 50 Euro. Hier ist Platz Nummer 6. Und das unterstreicht nochmal den Stellenwert von Powerbanks. Aber hier haben wir eine absolute Neuheit, beziehungsweise auf Platz Nummer 6 sogar zwei Neuheiten, die ich so wirklich noch nie gesehen habe. Jetzt werden Sie sagen, Powerbank kennen wir doch schon alles. Nee, sowas haben Sie noch nicht gesehen. Moni, du hast sie noch nie gesehen. Nein. Die haben wir auch erst seit ein paar Tagen. Aber du wirst begeistert sein. Du hast ein iPhone. Ja. Hier haben wir eine Powerbank, die ist perfekt für jedes iPhone. Schauen Sie mal. Die ist sehr, sehr klein, hat aber trotzdem 4500 mAh. Das ganz neue iPhone können Sie damit bequem wieder laden. Wenn ich die Lasche abmache, sehen Sie hier den Lightning-Stecker. Jetzt kann ich nämlich mein Handy nehmen, mein iPhone und das hier raufstecken. Und dann wird das geladen. Ist das nicht genial? Das ist super. Gleichzeitig noch ein Handy-Ständer. Man kann es ja dann hinstellen. Nee, stellen kannst du nicht, weil es hier unten rund ist. Aber in die Handtasche oder ähnliches. Aber die ist doch so klein, dass die in die Handtasche passt. Während es lädt, kannst du jetzt telefonieren. Das passt sich ja der Form des Handys da auch richtig an. Du kannst es richtig nehmen und damit telefonieren. Das ist aber noch nicht alles ein Tolle hier dran. Also das finde ich schon alles unglaublich beeindruckend. Und schauen Sie mal den Preis an. Auch hier sind wir unter 20 Euro. Ich nehme mal das Handy ab hier. Ich will Ihnen mal zeigen, wie das geladen wird. Hier haben wir natürlich auch einen Tragegriff dran. Das ist so ein kleines Ringchen. Ja, super. Der Anschluss, der wird hier durch so eine Gummikappe auch noch geschützt. Aber wenn ich das laden will, guck mal, dann kann ich hier nämlich das Ladekabel ganz einfach rausziehen. Guck mal. Also jetzt muss man sagen, nicht um ein Handy zu laden, sondern um die Powerbank wieder zu laden. Um die Powerbank wieder zu laden. Ja, ganz genau. Das ist ja genial. Aber du kannst hier dein Handy raufstecken. Dann werden beide Geräte gleichzeitig geladen von deinem USB-Netzteil. Also nicht nur dein Handy, sondern auch die Powerbank. Ist das nicht genial? Also wenn wir uns nochmal eingrenzen, diese Powerbank ist aber nur für Apple-Nutzer. Ist nur für Apple. Geht aber für iPhones und iPads. Alles, was diesen Lightning-Stecker hat, können Sie hier ganz bequem mit laden. Und ich finde den Preis unglaublich hier, dass wir hier eben auch so deutlich unter 20 Euro sind. Aber keine Angst. Müssen Sie die haben? Die will ich haben. Keine Angst. Android-Nutzer kommen auch nicht zu kurz. Das ist jetzt das Gerät nur. Für Apple-Nutzer hat die Bestellnummer ZX 3478. Und die 569 für 14,24 Euro wirklich ein Schnäppchen. Aber wir haben die gleiche Variante jetzt auch mit USB-C. Also für die Android-Netzer. Ja, das gleiche in USB-C. Auch wieder 4500 mAh. Sehr kraftvoll. Hier ist der Anschluss. Dann stecken Sie Ihr Handy da ganz einfach drauf. Das Ladekabel ist integriert. Hier kann man ganz einfach rausziehen. Dann wird aus dem Tragegriff ein Ladekabel. Kann man auch wieder reinstecken. Und hier haben Sie sogar noch einen USB-C-Stecker mit Power-Delivery. Das heißt, Sie können hier sogar zwei Geräte gleichzeitig laden. Und das auch nur für 17,09 Euro. Also für die Android-Nutzer gibt es diese Neuheit auch. Mit der Bestellnummer ZX 3477. Und die 569 nochmal die Apple Jünger. Das gleiche mit Lightning-Anschluss. Das hat die Bestellnummer die ZX 3478. Und die 569. Und ich habe Ihnen versprochen, viele, viele absolute Neuheiten in unserer Top 10. Die heute ganz besonders sparsam ist. Denn wir haben uns die beliebtesten Artikel unter 50 Euro ausgesucht. Jetzt kommen wir zu einem Aktionsartikel aus unserem Programm. Da muss ich gleich sagen, müssen wir begrenzen auf ein Stück pro Besteller. Aber es rentiert sich. Wir sind in der Halbzeit. Jetzt kommt die zweite Hälfte. Hier ist Ihr Platz Nummer 5. Das ist ein sogenanntes Handmassage-Gerät. Und da habe ich schon wirklich ganz, ganz viele gesehen. Aber eins kann ich Ihnen garantieren. Ich habe noch nie ein Handmassage-Gerät zu diesem Preis gesehen. Ingo, 9,99 Euro. Ich habe es am Anfang für einen Druckfehler gehalten. Ja, muss man auch. Also diese Handmassage-Geräte geben deutlich über 100, vielleicht sogar 200 Euro. Das ist ein Akkugerät, was Ihnen eine Massage gibt, wie Sie sie sonst nie bekämen und schon gar nicht für diesen Preis. Mit diesem Gerät können Sie sich selber massieren und damit dann für Entspannung sorgen, für Wellness. Sie kriegen vier verschiedene Aufsätze für verschiedene Anwendungsgebiete. Moni, du hast da gerade den großen Kugelaufsatz für die Waden, für große Bereiche. Ich bin so begeistert. Das ist eine Wohltat, oder? 9,99 Euro. Ich dachte gerade, ich höre nicht richtig. Maximal ein Stück pro Besteller. Aber das würde ich jetzt auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Wir haben ja selber ein Programm, teilweise für 30, 40 Euro, was ich schon für günstig empfunden habe. Aber 9,99 Euro. Wir haben auch vier Aufsätze. Ganz genau, den Kugelaufsatz, den wir da haben, einen konischen Aufsatz, dann haben wir so einen T-Aufsatz. Also vier verschiedene Aufsätze, mit denen man eben mal richtig Tiefenmassage machen kann. So die Handinnenwurzel kann man damit machen. Das kleine Säckchen zum Transport bekommen Sie auch dazu. Das funktioniert mit Akku und haben dann tatsächlich dreieinhalb Stunden Laufzeit. Sechs Stufen haben Sie zur Verfügung. Da können Sie auch gar nichts falsch machen. Hier sieht man mal die sechs verschiedenen Stufen. So Geräte finde ich immer gut. Ich glaube, jeder steht auf Massage. Aber es gibt halt den ein oder anderen Partner, der ist nicht so ganz talentiert. Ich sage jetzt mal talentfrei. Der kann ja ruhig talentiert sein, aber der wird irgendwann müde. Aber hiermit kannst du also auch mal eine Partnermassage machen, ohne Probleme. Weil das bekommt, glaube ich, jeder hin. Oder man tut sich selber mal was Gutes. Ich kenne niemanden, der es nicht liebt, eine Massage zu bekommen. Hier müssen Sie nicht mal Ihr Heim verlassen. Die Aufsätze sind kinderleicht zu wechseln. Und damit kann man sich dann wirklich Wohltuende Entspannung gönnen. Und ich sehe schon, das ist Monikas Highlight. Ja, das ist mein Highlight. Gibt es dir jetzt nicht mehr her, oder? Ja, mein Freund massiert mich nicht so gut. Du hast hier einen neuen Freund. Hier kannst du auch ausstellen, den Freund hier. Also ganz, ganz tolles Gerät hier. Was normalerweise viel mehr Geld kostet natürlich. Das ist super, liegt super in der Hand. Also da hat man auch richtig was in der Hand, dass man das eben hier auch nicht, dass man nicht das Gefühl hat, irgendwas kaputt zu machen. Den können Sie richtig rannehmen. Und hat auch so eine Schutzfunktion, dass Sie nicht zu fest draufdrücken können. Dann stellt er sich automatisch aus. Es ist ein echtes Highlight hier in der Top 10. Und kein Wunder, dass das hier auf Platz Nummer 5 gelandet ist. Ich glaube, wir lassen die Massagegeräte hier bei dir in der Sendung. Du, aber ich muss immer noch grinsen, weil ich sehe ja jetzt auch den Bildschirm vor uns mit dem Preis und ich denke immer, da ist irgendeine Zahl vergessen worden. Aber nein, es ist Ihr Preis 9,99 Euro für ein Handmassagegerät. Unglaublich. Bitte. Aber ich glaube, das ist ganz verständlich. Maximal ein Stück pro Besteller dürfen wir hier zulassen. Und jetzt schauen wir mal auf den regulären Preis. Und der ist schon günstig mit wie viel? Knapp 20 Euro. Aber 9,99 Euro. Ich glaube, so etwas sieht man nicht alle Tage. Die Bestellnummer ist die ZX 63,68 und die 569. Und mir fällt gerade ein, ich habe neulich auf so einem Internet-Flohmarkt gesehen, da hat jemand ein gebrauchtes Handmassagegerät für 69 Euro angeboten. Gebraucht. Wir haben hier fabrikneu. Solche Sachen möchte man nicht gebraucht kaufen. Ja, nicht unbedingt. Das habe ich auch gedacht. Und vor allem, man bekommt ein nagelneues für 9,99 Euro. Ich finde es der Wahnsinn. Auch der nächste Platz überrascht mich nicht, weil die Nachfrage und Preis-Leistungs-Verhältnis wieder sensationell sind. Hier kommt Ihr Platz Nummer 4. Und hier handelt es sich um sogenannte HDO-Hinter-dem-Ohr-Hörverstärker. Und ich glaube, viele schämen sich immer noch, wenn mal so eine Speerhörigkeit beginnt. Aber diese Hörverstärker helfen und man sieht sie fast nicht. Man sieht sie fast nicht. Und vor allem, es ist ganz normal, dass man später im Alter nicht mehr so gut hören kann. Da müssen Sie sich nicht für schämen. Wir tragen auch Brillen, weil unser Sehvermögen schwächer wird. Hier haben wir Hörhilfen. Das ist was anderes als ein Hörgerät. Das gibt Ihnen hier die Möglichkeit, das mal auszuprobieren. Ob das was für Sie ist. Wir kriegen hier das Paar. Da sind zwei Stück drin, hier in dieser Transportbox. Die kriegen Sie natürlich auch dazu. Schauen Sie mal, das sind HDO-Hörverstärker. HDO bedeutet, hinter dem Ohr hat einen riesengroßen Vorteil. Einmal, man sieht sie fast nicht. Das ist das, was bei Ihnen im Ohr steckt. Das ist hinter dem Ohr. Das sieht man nicht. Sie können den ganz bequem hier stufenlos an dem kleinen Rädchen lauter und leiser machen. Und das war es dann eigentlich auch schon. Dann können Sie mal sehen, ob das was für Sie ist. Sie bekommen das Paar. Aber diese Silikonfropfen, da kriegen Sie auch ein paar dazu, dass Sie das also individuell für Ihre Ohr anpassen können. Und das Coole ist dabei auch noch, dass Sie hier keine Batterien für brauchen. Die können Sie ganz einfach hier mit dieser USB-Ladestation selber laden. Die können wir Ihnen gleich zeigen, wenn wir aus dem Zuspieler raus sind. Aber das ist mal so eine Situation. Wenn Sie merken, dass Sie Ihren Fernseher unglaublich laut machen müssen. Wenn Sie Angehörige haben, mit denen man nicht zusammen Fernsehen gucken kann, weil die das immer so laut machen. Oder weil Sie Nachbarn haben, die immer ganz, ganz laut hören. Dann ist das jetzt die ideale Möglichkeit, mal das auszuprobieren. Ob das was für einen ist. Hörgeräte kosten gerne mal bis zu über 1.000, 2.000 Euro. Die Batterien dafür legen Sie jedes Mal 10, 15 Euro hin und die halten nicht lange. Hier haben wir Akkus drin mit 40 Stunden Laufzeit. Sehr schnell und einfach, aufladbar über USB, eben ganz einfach. Und das verstärkt jetzt auch noch mal speziell die Sprachfrequenz, die so zwischen 300 und 4000 Hertz liegt. Ist auch noch mal ganz wichtig, dass man auch Gesprächen wieder folgen kann. Weißt du, so eine Schwerhörigkeit ist oftmals nicht nur für die schwerhörige Person belastend, sondern auch für das ganze Umfeld. Also auch das Umfeld von schwerhörigen Personen ist gefragt, holen Sie sich sowas. Und 40 Dezibel Hörverstärkung ist enorm bis zu, jetzt sind wir wieder beim Düsenjäger von Anfang der Sendung, bis zu einer Lautstärke von 125 Dezibel. Und damit hört man eben wieder und kann dann wieder aktiv am Leben teilnehmen. Ja, man kann aktiv am Leben teilnehmen. Man kann wieder sich mit Leuten unterhalten, ohne dass man sich schämen muss. Oh, habe ich das jetzt richtig verstanden oder antworte ich wieder irgendeinen Blödsinn? Hier ist das wirklich ganz einfach auch ein Sicherheitsfaktor, gerade im Straßenverkehr, wenn man da nichts hört, wenn ein Auto kommt. Das ist sehr, sehr wichtig, gut zu hören. In so vielen Lebenslagen, im sozialen Bereich, aber auch eben im persönlichen Bereich. Hier ist die ideale Gelegenheit, mal unter 40 Euro das einfach mal auszuprobieren, ob das was für einen ist. Nochmal, die Aufladung, wir haben es jetzt eben nicht zeigen können, ist super einfach. Sie legen die einfach in eine Schale rein und die werden automatisch per USB geladen. Das müssen wir natürlich nochmal betonen, es ist nicht ein Hörverstärker, es ist gleich ein Paar für 37,99 Euro. Also wenn Sie selbst merken, Sie hören nicht mehr so gut oder eben Angehörige haben, die sich selber eigentlich schämen, so einen Hörverstärker zu holen, holen Sie das für 37,99 Euro. Die Bestellnummer ist die NX 9094 und die 569. Es ist eine Erleichterung für die Personen, aber auch, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, fürs ganze Umfeld, weil man mit den Personen nicht mehr schreien oder laut reden muss und auch Fernsehen oder Musik sind auf erträglichem Maße eben hier eingestellt. So, jetzt kommen wir schon so langsam, aber sicher, nee, wir sind schon auf dem Treppchen, wie man bei der Olympiade sagen würde. Hier ist Ihr Platz Nummer 3. Ja, und es geht weiterhin um den guten Ton, aber jetzt mal für jeden, oder? Ja, für wirklich jeden. Es ist eine Stereo-Soundbar. Die typische Anwendung ist, das einfach unter den Fernseher zu stellen. Damit hat man dann einen deutlich besseren Klang als vom Fernseher selber. Beim Fernseher selber ist kaum Platz für vernünftige Lautsprecher, super Bild, aber die meisten krächzen dann, das merken Sie spätestens, wenn Sie mal eine Soundbar angeschlossen haben. Natürlich lässt sie sich hier per AUX, per optischen Eingang, per USB, per Bluetooth, alles kann man damit steuern, bis zu 120 Watt Spitzenleistung. Und Sie glauben nicht, was das für einen Unterschied macht. Sieht super schick aus. Und ich will die mal eben anmachen, Sie kriegen natürlich auch eine Fernbedienung dazu, aber der Klang dieser Soundbar ist einfach fantastisch. Also ich wollte nicht mehr Fernseh schauen ohne Soundbar. Ich habe einen tollen Fernseher. Der kann, glaube ich, auch 4K, obwohl die meisten Sender ja höchstens in HD senden, mit Ausnahmen, aber der Klang ist einfach nicht das, was man früher gewohnt war. Aber hiermit kann ich das einfach ausgleichen. Und ich kann es jedem nur raten, übrigens ist das auch ein absoluter Preisjoker bei uns. Bei diesem Preis von 39,99 Euro muss ich hier auch wieder Spielverderber sein, eine Begrenzung einstellen von einem Stück pro Besteller. Und du hast jetzt extra für Monika mal eine Titelmelodie rausgesucht, die Monika kennt. Was ist denn das, Monika? Da kennst du sogar den Text auswendig, oder? Ja, ich verschone euch jetzt lieber. Aber das habe ich in meinem Kinderzimmer bestimmt Millionen mal raus und runter gesucht. Da bin ich auch, aber nur, weil meine Tochter in einem ähnlichen Alter ist. Ah, Hannah Montana. So, und die älteren Zuschauer wundern sich jetzt, was ist denn das, kenne ich gar nicht. Die Jungen, die singen mit, ja? Komm, lösen es mal auf. Was ist das für eine Titelmelodie? Na, Hannah Montana natürlich. Das kennen wir alle, entweder von selber oder von unseren Kindern oder vielleicht sogar Enkelkindern. Macht einfach Spaß. Und der Klang ist anders als vom Fernsehen. Ganz, ganz einfach. Alles klingt besser auf einer Soundbar. Und diese Soundbar haben wir heute zu einem unglaublichen Preis. Ja, zumal es auch noch eine Bluetooth-Lautsprecher ist. Du kannst sogar Handy per Bluetooth verbinden und dann Lieblingsmusik hören. Und ich muss noch mal über den Preis sprechen. 39,99 Euro für mich. Ja, das ist wirklich nicht verständlich. Und deshalb die Begrenzung, maximal eine solcher Soundbars pro Besteller. Sing doch mal laut mit, was wir nicht mal hören wollen. Wir sollten mal eine Klamourke-Party bei mir machen, dann hören wir das, ja? Also ich finde es klasse. Also es macht einfach Spaß. Mal wieder die Musik so hören, wie sie klingen soll. Für Sportsachen, für Nachrichten, für egal, was Sie auf dem Fernseher schauen. Alles klingt besser mit einer Soundbar. Und natürlich können Sie die auch als Tele-Anlage benutzen, weil Bluetooth kann die auch noch. Jetzt müsste ich mal unseren neuen Lehrling fragen. Chiara, hinter, hast du auch Hannah Montana geschaut? Kennst du Hannah Montana? Ja! Sie macht Spaß. Jetzt ja. Okay, nur, dass wir das mal abgeklärt haben. Schön. Sie hat die Melodie auch gleich erkannt. Also ich finde es genial. Schauen Sie mal, Pearl.de, 80 Euro. Das ist schon für eine Soundbar in dieser Qualität wirklich herausragend. Aber hier und heute bitte nur ein Stück Probesteller. 39,99 Euro. Aber das ist für Sie die Chance, wirklich zu einer toll klingenden Soundbar mit einfachsten Anschlussmöglichkeiten für nicht mal 40 Euro zu kommen. Und das sollten Sie am Schopfe packen. Ich bin immer noch begeistert, wie Moody da eben mitgegangen ist. Ja, und weißt du, das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her. Sie kennt noch jede Textzeile auswendig. Ja, ja, ja. Wahnsinn. Toll. Freut mich richtig. Freuen tut mich auch, dass wir jetzt schon langsam, aber sicher zum Spitzenreiter kommen. Und da ist nur noch eins vorne dran. Aber das könnte auch ganz wichtig für Sie sein. Platz Nummer zwei. Unser Platz zwei ist zweigeteilt. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, wenn Sie sich für diese beiden Produkte entscheiden, müssen Sie nie mehr oder fast nie mehr in Ihrem Leben Batterien kaufen. Oder, Ingo? So ist es. Wir haben hier ein Akkuset von Batterien. Wir haben AAA und AAA, beides. Ich erkläre das mal beides auf einmal. Das sind Akkus, die sehen aus wie Batterien, sind aber wieder aufladbar. Normalerweise für diese Akkus brauchen Sie ein Ladegerät, was nochmal 30, 40 Euro kostet. Dann können Sie die auch mehrmals wieder aufladen. Und diese Technik hier, das mit so einem Kabel, das Sie dann ganz einfach in Ihr Netzteil, in Ihr USB-Netzteil reinstecken und dann alle vier auf einmal laden können, habe ich so noch nicht gesehen. Ich finde das unglaublich praktisch. Man steckt das einfach nur rein, steckt dann das Kabel, was natürlich dabei ist, einfach in ein USB-Netzteil und dann werden die wieder geladen. Das ist schon mal toll. Wir brauchen alle Batterien, gerade wenn Sie so LED-Kerzen haben oder sowas. Dann wissen Sie, wovon ich spreche. Alle zwei Wochen ein neuer Satz Batterien. Spielzeuge, Uhren, Fernbedienung, was weiß ich alles. Alles braucht Batterien. Aber ich finde das wahnsinnig. Übrigens, wir haben zwei Größen. Jetzt eingeblendet, müssen wir nur sagen, zur Correctness, sind die großen von den kleinen. Also die Doppel-A-Batterien, gleich kommen aber noch die Triple-A-Batterien. Ingo, wie oft kann man die denn aufladen? Das ist der Hammer. Du kannst die 1200 Mal wieder aufladen. Das heißt, du hast hier im Prinzip für diesen Preis 4.800 Batterien. Jetzt überlegen Sie mal, wie viel 4.800 normale Batterien kosten würden. Und dann gucken Sie sich unseren Preis an. Ganz abgesehen davon, dass Sie auch nichts wegschmeißen müssen. Die werden ja immer wieder aufgeladen hier. Ordentliche Kapazität haben die auch noch. Das heißt, sie halten auch sehr lange. Das Ladesystem ist genial. Und wie gesagt, 1200 Mal kann man die wieder aufladen. Und jeder einzelne dieser Batterien ist so viel wert wie 1200 Batterien. Macht summarum 4.800 Batterien. Die würden hier wahrscheinlich nicht mal auf den Tisch passen, diese 4.800 Batterien. Ganz abgesehen davon, was die kosten würden. Hier für unter 20 Euro ein Vierer-Set von unseren Doppel-A-Batterien. Also, ich nenne Ihnen jetzt beide Bestellnummern schon mal. Jetzt noch eingeblendet sind die großen, also die Doppel-A-Batterien. Das wäre die ZX8348 und die 569 für gerade mal 18,99 Euro. Und gleich wechselt unsere Grafik auf die kleinen, auf die Triple-A. Ich glaube, die sind meistens auch in den LED-Kerzen drin, oder? Die sind meistens in den LED-Kerzen drin. Bei uns auf der Fensterbank stehen und alle zwei Wochen müssen wir da wieder 3, 4 neue Batterien reintun. Was für eine Verschwendung. Hier ist die Bestellnummer, die ZX8347 und die 569. Und hier 7,09 Euro der Preis. Wenn ich bedenke, 20 Batterien bei uns sehr günstig, mit knapp 7,50 Euro. Ja, ja. Als gerade 20, hier hast du 4.800 im Prinzip im Gegenwert für 17,09 Euro. Also, da brauche ich keinen Rechenschieber oder einen Kascherechner rauszuholen, was sich richtig rentiert. Das ist clever. Jetzt vor allem, und jetzt erschrecken Sie nicht, wenn ich sage, so kurz vor der Weihnachtszeit. Das sind nach knapp 100 Tage bis Heiligabend. Das heißt, es geht bald wirklich in die Adventszeit. Und dann hat man eben wieder viele Sachen, die batteriebetrieben sind. Und dann kann man viel Geld sparen, wenn man Akku benutzt. Also, wie ich finde, zu Recht, unser zweigeteilter Platz Nummer 2. Diese immer wieder einfachst aufladbaren Batterien oder Akkus in Version Doppel-A und in Version Triple-A. Aber ein Platz fehlt noch, der mich jetzt überhaupt nicht überrascht. Hätte man mich gefragt, was meinst du, was ist in dieser Hitparade auf Platz Nummer 1? Ich hätte genau auf dieses Produkt getippt. Und hier ist Ihr Platz Nummer 1. Ja, und für mich der absolute Preis-Leistungssieger, wenn es um Fitnessuhren-Smartwatches geht. Oder, Ingo? Ja, also, sowas habe ich noch nicht gesehen. Wundert mich auch nicht, es war unser Titelprodukt auf dem im letzten Katalog. Es ist eine Fitness-Smartwatch. Das ist eins dieser Statussymbole, mit denen jeder im Moment rumrennt. Die Statussymbole kosten normalerweise mehrere hundert Euro. Hier bei uns, schauen Sie sich mal unseren Preis an, auch wieder unter 30 Euro für eine Uhr mit unglaublich vielen Funktionen. Und ich lese erst mal hier, oder sage Ihnen erst mal die Fitnessfunktionen. Wir können mit dieser Uhr, wenn wir die tragen, die Herzfrequenz, die Temperatur, den Schlaf, den Blutdruck, den Blutsauerstoffgehalt, die Kalorien und natürlich auch die Schritte zählen. Damit haben wir schon mal einen guten Überblick, speziell mit den Vitalwerten, die wir hier ablesen können, wie es uns so ungefähr geht. Die Uhr ist super schick, hat ein sehr, sehr großes Display und natürlich 100 Prozent, also ist natürlich auch wasserdicht. Der Akku dieser Uhr hält bis zu 25 Tage. Sie müssen sie nicht jeden Abend abmachen und wieder neu laden. Das große Display ist sehr einfach zu lesen. Sie können verschiedene Ziffernblätter einstellen natürlich. Wir sind hier ganz modern unterwegs und haben dazu auch noch eine Smart-Funktion. Das heißt, diese Uhr koppelt sich mit Ihrem Handy und dann können Sie die ganzen Vitalwerte, Ihre Kalorien, all diese Sachen, können Sie dann mal über eine bestimmte Zeit beobachten. Da können Sie dann Tendenzen erkennen. Sie können sehen, Mensch, jetzt habe ich mich so viel bewegt. Gestern habe ich mich nur so viel bewegt. Vielleicht sollte ich mich heute noch ein bisschen bewegen. Sie können Ihr Handy in gewissem, in begrenztem Maße sogar fernsteuern. Der Fernauslöser für Ihre Kamera ist da drin und auch die Musikfernbedienung, dass Sie die davor spülen können, zurückspülen können, lauter, leiser machen. Das ist, was eine Fitness-Smartwatch ausmacht. Und ich wüsste jetzt wirklich nicht, was an Funktionen bei dieser Uhr fehlt. Die ist super, super schick hier und man sieht die überall. Jeder trägt diese Uhren. Und wenn Sie die von diesem berühmten Hersteller mit dem abgebissenen Obst kaufen, sind Sie mehrere, viele, viele hundert Euro los. Ich glaube, die aktuelle kostet 800 Euro oder sowas. Also ich muss ehrlich sagen, übrigens noch ein kleines, wäre kein Geheimnis, aber die meisten Bestellungen sind gleich zwei. Ist doch nicht nochmal aufgefallen. Ganz genau. Bei diesem Preis-Leistungs-Verhältnis kann man den Nachbarn oder den Partner gleich mit einbinden. Komm, wir motivieren uns gegenseitig ein bisschen mehr zu bewegen. Der Blick auf die Vitalwerte finde ich sensationell. Und eine Fitness-Smartwatch in dieser Klasse für 26,59 Euro habe ich noch nicht gesehen. Deshalb habe ich auch gesagt, absolut für mich der Preis-Leistungs-Sieger. Ja, Moni, du hast auch eine Fitness-Smartwatch. Ich habe auch eine Fitness-Smartwatch. Unsere waren deutlich teurer. Aber allein schon wir beide vergleichen ab und zu mal, wie war denn dein Schlaf letzte Nacht? Ja, da sprechen wir sehr oft drüber, weil das einfach praktisch ist, weil man hier den zum Beispiel auch mit aufzeichnen kann. Aber Sie haben ja natürlich die ganzen Vitalwerte. Sie können das Wetter nachschauen. Sie können einfach natürlich auch Musik hier variieren von Ihrem Handy aus. Das finde ich einfach super klasse. Und was Sie auch machen können, ist das Display hier zum Beispiel wechseln. Je nach Outfit kann man hier das auch nochmal verändern. Finde ich auch immer richtig schön. Hier hat man zum Beispiel dann auch die ganzen Schritte, die Aktivitäten hier gleich mit drauf. Also eine Fitness-Smartwatch macht einfach Spaß und es ist trotzdem auch noch Motivation. Ja, Ralf, ich habe ja diese Fitness-Smartwatch. Hättest du gedacht, dass ich hier 11.000 Schritte am Tag gehe? Nein, ich habe auf 3.000 getippt. Nein, wir wussten es nicht. Nein, du bist ja eigentlich auch ahnungslos. Du wechselst ja genauso viel. Man sollte einfach mal schauen und da kann man sich dann auch noch motivieren, ein bisschen mehr zu machen. Also für uns drei nicht die Überraschung, dass das auf Platz Nummer 1 gelandet ist. Und wenn Ihnen jetzt auch mal so im Kopf kommt, hey, so eine Fitness-Smartwatch wollte ich schon immer, dann nutzen Sie diese Gelegenheit für knapp 27 Euro. Die Bestellnummer ist die ZX 5387 und die 569. Und das war sie schon, unsere Top 10 der meistbeständigen Artikel unter 50 Euro. Weißt du, wenn ich nochmal die ganze Palette anschaue? Kein Artikel unter 50 Euro. Wow. Jetzt sind Sie dran. Ran ans Telefon. Viel Spaß damit. Vielen Dank.